Willkommen, Willkommen Willkommen, Willkommen Umgewollte Hintergrundgeräusche Normal dürften nichts kommen Aber wie das alles mal so ist Klinglz Handy oder so Ja So, wir machen da noch einen Zaubertrick Schwupps Weil wir wollen ja Live-Let's Play machen Wir werden Während einem Live-Let's Play Nicht wirklich auf den Chat hingehen können Wir lesen den Chat, ja Aber Wie Another theme habe ich jetzt schon den Chat ausgeblendet und so, ja, wir werden da gucken, dass wir da Let's Play für YouTube quasi draus machen zu zweit, das auf unserem Imperator-Kanal dann laufen wird, folgenmäßig und die, die jetzt live dabei sind, die können sich das quasi sparen oder halt nochmal anschauen, wie wollen. Bist du bereit? Ich bin bereit. Alles gut. Hoffe ich doch. Ja, ich habe eigentlich keine Ahnung, ich habe nicht irgendwie bei dem anderen geschaut oder so. Ich weiß, man kann nur zu zweit spielen und man muss irgendwo ausbrechen. Und das war es auch schon. Wir haben uns nicht vorher gespoilert. Oder? Nein. Sehr schön. Sind wir bereit? Ja. Obwohl es sehr schwer ist, sich nicht spoilern zu lassen. So, ich sitze auf dem Teufelsstuhl. Perfekt. Los geht's. Hey Vincent, was ist dein Plan nach dem Endeffekt? Ich weiß nicht. Ich habe es nicht wirklich gedacht. Ich habe es nicht gedacht. Ich habe es nicht gedacht. Das muss sein. Das muss sein, Herr Überthinker. Es gibt eine Unterschiede zwischen überdenklichen Dinge und zu sein, Leo. Du sprachst, dass ich nicht smart bin? Deine Worte, nicht meine. Hey, ich könnte nicht smart sein in dein Buch, aber ich habe es gemacht. Ich kann das nicht sagen. Okay, ähm, ist das Spiel Englisch von das Synchro her? Oder haben wir etwas verkehrt hingestellt? Das sieht erstmal nach Englisch aus. Ich glaube, man kann so mit dem Controller spielen. Gut, das haben wir jetzt aber nicht gemacht. Nicht vorbereitet. Welcher welchen Sinn? Keine Ahnung. Hm. Oh, oh, da gibt es auch noch Informationen dazu. Wie darf ich noch? Ah, so, okay. Moment, ich möchte erst mal gucken. Ja, ich bin schon mal jünger. Vincent Moretti, Alter 43, Betrug, unter, was? Unterschlagung, Mord, 14 Jahre Haft, rational, diszipliniert, zurückhaltend. Ähm, nach Abschluss seines Finanzstudiums und der Heirat mit seiner Highschool-Liebe trat Vincent einen Job im Bankensektor an. Sein Leben geriet aus den Fugen, als er durch die Aussicht auf schnelles Geld in die Welt des organisierten Verbrechens hineingezogen wurde. Anwenderst du? Leo. Er hat schon sechs Monate von seiner Haft anscheinend ihn gebüßt. Muss noch acht Jahre dafür machen. Schwerer Diebstahl, bewaffneter Raubüberfall. Ist das nicht dasselbe? Ich will hier was stehlen, also muss ich irgendwo rinnen und geht hier nur mit Waffen. Dabei scheint er wohl noch irgendeiner, ja, umgeboxt zu haben, lieb ausgedrückt. Er ist selbstbewusst. Das sieht man schon an seinem Sitze. Offene Sitzhaltung, selbstbewusst. Aufbrausend! Ist das genau richtig für mich? Ich glaube, von der Persönlichkeit her ist die Entscheidung so schon ganz richtig. Ah ja, das Sarkastische hast du also auch entdeckt. Naja, bei mir rational, diszipliniert, zurückhalten und bei dir selbstbewusst aufbrausend sarkastisch. Also es passt. Typisches Klischee. Verbrecher muss immer vorher ein Waisenkind gewesen sein, weil die Erziehung gefehlt hat. Ach Gott, was ein Klischee. Ja, bestätigen mit E. So, den Laderbildschirm. Sieht komisch aus, die mit der Buskamera alle rein. Im Hintergrund! Planend! Im Hintergrund! Im Hintergrund! Im Hintergrund. Im Hintergrund! Da sitzt man ein Spider drin. Hey, was ist pink? Oh, du bist nicht Oh 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 Das ist seltsam Das ist seltsam Der Schiff dem Eindruck Das ist seltsam Das ist seltsam Das ist seltsam Ok Ich kann dir zur Kugel wieder reinlaufen Links Siehst du mich nicht? Wer wird jetzt mal endlich Ja Faszinierend Faszinierend Hey, are you okay? What do you want? bart ich ich nicht ich Sie Ich Sie 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 Was ist das bei dir? Hast du ja schon rausgefunden, wie du beäckst bist? Was habe ich rausgefunden? Wie man die antworten währt. Und ich muss jetzt hier anscheinend erstmal unterschreiben und... Irgendwie cool. Oh guck mal, ich bin da unten. Ja, irgendwie wird ja jeder verkloppt in dem Bunker-Dienst. Was ist da? I see you, ich seh dich. Aha. Ich glaube, mein Teil jetzt größer, wo er ist. Weil bei mir jetzt so, glaube ich, gerade im Moment nichts ist. Okay. Okay. Hey, guard. Sure, take all the time you need. Fuck ass. Oh. Fuck ass. Okay, go, go. Uh, okay. Woh. Oh, go. Ist das genug? Ist das genug? Woah! You two, break it up! Now! Harvey senses your guards. Fuck you and him! Well, I am now the third one who is standing there. I am proud of this one. I find the censorship nice. I find it cool. It's nice. It's obvious that it's censored. My name is Williams. And this is my prison. Any questions? Yeah. When are we allowed visitors in here? Any other questions? Good. Welcome to your new home. We're done here. You heard him, man. Move out. We don't have all day. Go, 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 go! What's up with you? Meditation, man. What the hell is that? It'll set you free. The only thing that will set me free is walking out the front door. It'll free your mind. You better stop taking those drugs. Keep going, butt cheeks. You better stop taking those drugs. Hey, Leo. So. Let's go. Get yourself in my neighbor. Get dressed. Where is it? I don't know, man. Some white guy. Thanks for the update. Yeah, no problem. Let's go first. Close up 49. Let's go inside. Hey, relax. I said do it. Go. Hey, take it easy, man. What's wrong with you? Close up cell 48. I'm in the 49. Who can know who know me? No, next to you. Oh. Hey, Leo. What? Someone wants to talk to you. Yeah. Yeah. Who? I don't know, man. He's over there. That's all I know. What's this for? RMT? The right mouse button. It looks like that's not the same. Where is the stand? No. I don't know. You okay? No. I'm not okay. I'm so depressed. I can't sleep. I can't sleep. You okay? Okay, ah. You're green. So you're green. I want to do something that will get you in solitary. Really? And why the hell would I do that? It's nice and quiet there. If you can't sleep there, you can't sleep anyway. I'll just do my sport. Also bei 10 Klimmzügen ist hier einfach schlimm. Kommen wir hier runter, machen wir keine Züge, wir wissen wieviel du schaffst. Okay. Ich glaube ich darf aber gar nicht zu dir. So weil ich zu dir will. Ich glaube ich will. Es ist Zeit für spielen. Was die Fache du willst? Es ist nicht so, was ich will. Es ist so, was Harvey will. Das ist ein bisschen besser sein, wenn er auf der anderen Seite ist. Er ist vielleicht auf der anderen Seite. Aber er hat mich immer gut gemacht. Fakt ist, er hat mich wirklich gut gemacht, um zu töten. Und ich mag dich nicht wirklich. Also ist es eine gewisse Situation für mich. Ja. 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 Hey, wenn du doch was fahrt hier im Stitch passiert. Ich glaub schon. Da ist ja glaub ich immer die Ablauf, die Zeituhr. Hey, ich glaub nicht, ich glaub nicht. Wie im Weg zu schlägst du? Mit der Flakke? Nee, was rennt du? Du mich auch. Oh, nehm auch. Ich find das so cool. Oh oh, das kriegen wir die Knüppel. Ordnung! Sprech es, bevor ich dich alle in solz. Geh auf! Du musst deine Beine anschauen. Du! Geh weiter! Ja, ja, ja. Bleib von mir weg, okay? Okay. Ich hab dir geholfen und das ist dein Dank. Das hast du schon nicht anders da verdient. Der kam war geil. Ja, wir haben ja nicht verkackt. Aufhören. Jetzt. Ich hab dich mit dem. Das ist ja sonst. Und jetzt. Ich hab dich mit mir. Dann. Das ist ja. Das ist ja so cool. Ich hab dich mit mir gedacht. Okay, danke. Bis zum nächsten Mal.